Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerletzten Video. Ich mache heute mein allerletzten Video auf TikTok. Direkt einen Teddy Vlog und go! So, als erstes habe ich Aufbewahrungsdosen, 6 Stück gekauft. 1 Euro hat es gekostet von Diki und die sind ja immer sehr praktisch. Dann habe ich mich für 1 Euro Aufbewahrungsdosen gekauft und zwar 80 Stück. Mit diesen Klipsen, richtig cool, freue ich mich so richtig drüber, Leute, weil ja, sind halt auch immer sehr praktisch und ja. Als nächstes habe ich mir Bastelkleber Galaxy 100 Gramm gekauft, hat 2 Euro gekostet und ich finde den richtig schön, guck mal hier, blau, grünlich. So, der ist richtig schön. Dann habe ich mir für 1 Euro diese Kette in meinem Sternzeichen gekauft. Ich habe übrigens am 14. Juni Geburtstag, also wenn wieder zum nächsten Jahr katholieren mag. Also ja, gimme! Und als allerletztes habe ich hier noch meinen Sticker-Blog. Einer ist gerade in meinem Ranzen. Ich habe auch noch ein Donut-Notizbuch, das ist auch richtig cool. Das ist jetzt nicht mal mein Notizbuch, sondern mein Schulterbuch. Hier sind die ganzen Sticker. Guck mal, be happy von Dixi Damino. Also, ja. Das ist so das, was ich von Tilly gekauft habe und das war es eigentlich auch schon. Also, ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lässt. I'm new here. Ja, und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch in die Kommentare ein paar Ideen schreibt, was ich so machen kann. Und ja. Also, ja. Abonniert mich gerne, ich würde mich selber ein Abo freuen. Ich muss jetzt noch nach Weihnachtslied angucken, denn meine Freundin will Klavier spielen. Und ich werde ein Weihnachtslied singen und wir werden es dann aufnehmen und das Audio an unsere Musiklehrerin schicken, damit ich es der ganzen Schule vorführen kann. Junge, ich bin auf der Mittelstufe. 1000 Leute! Ja, also dachte ich mir, ich muss jetzt mal in den ersten Weihnachtslied raussuchen, was ich singen kann. Oh, fuck. Das wird schwer. Also, wenn ihr Bock habt, also wenn ihr schon hier seid, genau gesagt, dann lasst doch einfach gleich mal ein Abo da und ein Like und vor allem ein Coin, was ich das nächste Mal machen kann. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, tschüss! Tschüss! Ach ja, übrigens, mein Name ist Alara, falls ich noch nicht wusste. Tschüss!